Musik Servus Leute, Tades hier, ihr wisst Bescheid, 18.04. Es wird eine fette, fette Party, GO! DJ Tades, mein Freund, hat Geburtstag. Freitag, den 18.04. ist die Birthday Party von meinen Homies. Tades, die Straßen reden, am 18. soll's voll abgehen. Es wird eine legendäre Haramites. Rock'n'Roll, Baby! Im Club P9, die Party vor der Party. Es wird eine Megaparty, letztes Jahr der Knaller, die Jahre davor der Knaller. Wer das verpasst, dem kann man sowieso nicht mehr helfen. Das wird die Party des Jahres. Und Serrat, du hast die Haare schön. Große Zeit, Serrat, danke für den Döner, dass mir gerade den besten Döner meines Lebens aussehen gibt. Ihr seid dabei und feiert mit uns, wir freuen uns auf euch. Auch lucky Grüße von mir, das wird definitiv die Party des Jahres. Wir werden dich richtig happy feiern. Bei 18.04. Birthday Bash von DJ Tades. Serrat, du geile Sau, ich freue mich auf deine Party. Wir erraten euch alles. 18.04. DJ Tades' Birthday Bash im Times Café. Was los? Wir werden uns definitiv dort sehen. DJ Tades' Birthday Bash. Und ich freue mich schon auf dieses coolvergessliche Nacht. DATE BRATSKO! Den 18.04. DJ Tades am Start, Geburtstag, verpasst uns mal. Ins P-Sieg nach Mannheim. 20.04. feiert mit Cedat. Das ist richtig krank. Die beste Party der Stadt. Am 18. Am Freitag ist Tades Geburtstag. Das ist richtig super geiler. Am 18.04. Am 18.04. Am 18.0. Am 18.04. Ich freue mich drauf. Am 19.04. Am 18.04. Am 18.04. Am 18.04. Am 18.04. Bis 18. Ich will euch alle dort sehen. Peace.